ja agentos fangene zivilistin müssen ins parkhaus also in die tiefgarage ein wenig in die tiefgarage finden das haben wir ja vor hier ist nicht wer will denn da hier kommen sie mal erkannt natürlich drauf schießen ja ich habe hier macht du das ich kann ja granate schmeißen doch jetzt haben wir jetzt haben wir einen gang in die tiefgarage gefunden ja haben wir hallo die vision agents ach ja wir sind schon da ein schlüssel finden ja stimmt einer hat ja den schlüssel von den gefangenen wir erinnern uns freunde die kommen da hinten kommen sie oh gott ich war nicht noch nicht noch nicht noch nicht du kannst du schon mal nehmen und jetzt schmeißen was 3 2 1 und schmeißen und rollig ich dachte wohl ein schuss mach da mal mit dem lilan ne ja geh mal an der seite ja geh mal an der seite ja warte mal da unten geht uns einer ich versuch nochmal den lilan zu treffen der muss nur hochkommen da ist er doch wird er wird er zu sobald sie den schlüssel haben ich hab ihn haben wir hier noch ein und dann kümmern uns um die geisel also die knarre ist geil da dauert nicht lange da sind die alle platt werte irgendwann werde ich die eine reinhauen nein 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 nimm dein scheiß geschütz damit kommen sie sie vollpfosten gehen sie denn sie spielen nicht virtuell kloppen kann kommen sie gehen sie vor gehen sie vor lassen sie die eule hier raus sichern sie das gebiet und befreien sie anschließend die geisel ja richtig da oben ist auch noch einer da kommt noch jemand da kommt einer ja von hinten andere seite ja 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 Die gehen nicht in den Hoxen von hinten an, das sage ich ihnen. Die sind nicht willkommen in Landung. Die denken können was schaffen. Ey. Was hat der gesagt? Kommt so ein komischer Vogel da, der baut wieder irgendwas. Ich könnte ja jetzt nach oben schlafen. Das tue ich nicht. Wir könnten so. Jawoll. Haha. Super Team. Kommt noch mehr? Ja, ich sehe es gerade. Natürlich denke ich. Der hat ja noch gefühlt. Der Salamander. Dann lass ihn mal kommen. Da liegt. Ich schick dir jetzt mal einen auf die Blume. Wie der geht es hoch? Ja. Fuck, 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 fuck. Oh. Tschüss. Oh, der liegt genau vorne hier. Warum? Schieß auf mich. Alter. Alter. Nein, 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 nein. Der liegt hoch. Komm weg da. Komm weg. Ich kann nicht. Diri. Ja, ich bin rot. Agent am Boden. Das ist nicht wahr, oder? Boah. Kein Lebenszeichen bei Agent. Scheiße. 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 Ich bin wieder da. Stimperhaft. Ich auch. Müssen wir das nochmal machen? Ja, nein, nein, nein. Hier ist alles sauber. Ach du, Agent. Eine Gruppe feindlicher Kämpfer nähert sich ihrer Position. Sichern Sie das Gebiet und befreien Sie anschließend die Geisel. Wir müssen das nochmal machen. Oh, die geht jetzt hoch. Immer auf die Pulle schießen. Pass auf, die umgehen uns immer. Ja. Würde gerne da oben. So, hier möchte ich gerne Geschütze instellen. Oder geht das? Genau da oben. Oh, wow. Ist das weg? Jawohl, ja. Ist noch einer da unten. Ist noch einer. Ach du scheiße. Ich komm nur noch zu mir her. Alter, geh weg von der Bange. Ja. Auf den müssen wir aufpassen auf den Sali. Immer in Bewegung bleiben. So, jetzt kommt er gleich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da hinten. Der ist er auch nicht. Da ist er. 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 Ach der ist hier bei mir. Ach du scheiße. Ach der ist hier bei mir. Krickersteining ist schon ein Schade. Ich war gut, wenn er da oben ist. Ach der fehlt privat zu rennen. drauf auf die drauf auf die und die bewegung bleiben die nach oben ich hier noch jemand zum einsammeln sie haben richtig gut reagiert ja gut man stirbt ja auch zwischendurch mal auch scheiße wollte ich eigentlich nicht aber das ist ja nicht ändern und dass sie das sagen ich muss dahinter und sondern erst mal einsammeln und dann machen wir ja wo wir ziehen ihn so kommen sie lassen sie hier die rolle raus hier erst mal einsammeln dann hier befreuen wird die befreien machen sie schon doch noch einen tag in diesem ding und ich werde durchgedreht mir geht's gut ich muss mich nur kurz sammeln bevor ich verschwinde was heißt das nochmals ja kann gegen die zivile milise ist unterwegs ja gute arbeit agent ja super stufenaufstieg auf 26 jetzt läuft nicht stufenaufstieg so ein stückchen weiter haben wir noch einen einsatz wo man den machen aber noch ein bisschen zeit wo unten moment was sind es einsatzgeber das irgendwas anderes weiß ich nicht was das ist steht nur einsatzgeber können wir zum cv reisen da machen wir doch mal eben trumanne ja da müssen wir links rüber guck mal der einsatzgeber wie schon der name sagt er wird uns wahrscheinlich einen einsatz geben das kann seine hocksten dann lassen wir uns mal einen einsatz geben ich bin 25 ich darf das 26 ich habe ein behälter gekriegt wo ist denn das der einsatzgeber nein der ist außerhalb des hauses 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 ist aber stark hier ist denn mit dem herrn hocks wo ist denn das schäfer aus ich gehe mal raus ich gehe mal raus ich gehe mal raus ich gehe mal raus auch warte mal hier da kommen sie jetzt ich warte auf sie ich bin der falschen ausgang wann kommen sie hier raus ich bin gleich dreißig ja höchsten mit 30 darf ich habe ich noch lange nicht ich muss erst noch in der stufe 6 11 25 ja sie müssen noch ein paar menschen was oh scheiße was muss ich machen äh was schützi geschützi ne noch nicht doch ah scheiße naja dann viel spaß ich guck mir das mal wie hauen sie jetzt ich guck mir das mal an wie sollt ihr machen ja die Uhr helfen mal zwischendurch ich hab ja nur eine pistole jetzt das war's sind ja mal so voreilig das ist ja gar nicht wahr die waren voreilig jetzt hören sie auf hören sie auf voreilig wäre wenn ich so machen würde so hier so das wäre voreilig aber mache ich ja nicht ich gehe ja mit ihnen wo ist jetzt hier der einsatzgeber in 45 meter ich bin da ist doch noch irgendwelche ja du weißt dass das gehe ich noch sind ne und machen angreifen weg machen kinderspiegel 15 meter 16 17 wir entfernen uns davon was ist ja was ist das denn was ist das denn ach warten sie mal kommen sie mal mit ja das sieht schön aus hier gucken sie mal so ne hier ist ne tür die sichere die sichere die geht's runter verstanden interessantes objekt entdeckt hier ist das feindliche übertragung erkannt hier muss das sein ok verstanden ja hier ist er ok quatsch schon mal an ja einsatz annehmen ja agent vielleicht können sie uns helfen wir haben kürzlich eine übertragung vom navy hill empfangen das klingt wie ein morse code aber wir werden einfach nicht schlau daraus es muss sich um eine spezielle verschlüsselung handeln ich habe früher gerne kurz geknackt aber das hier macht mich wahnsinnig ich komme auf der karte ja der ist genau hier neben vertragen neben ihr agent wir haben die morsebotschaft entschlüsselt ein wächter der auch hintergangen nicht aus dem rahmen fällt eine rätsel in der gesellstasche ein schlüssel für all seine brüder und schwestern in der welt ich frage mich was das bedeutet eine rätsel das hört sich interessant an der hoxton aber beim nächsten mal erst tschüss 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 Vielen Dank.